Mein bester Freund ist schon lange weg, habe ihn aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er wohnt und wo er ist, doch früher in der Kindheit waren wir uns sehr trennlich. Wo ist er hin? Wie geht es ihm? Was macht er wohl in seinem Leben? Wer dich schien, jemals wiedersehen. Alles war nass, früher so wie heut. Und wir haben viel gelacht und waren ständig immer in Problemen. Unsere Eltern holten uns ständig ab und wir haben uns gegenseitig kaputt gelacht. Mein bester Freund, wo ist er hin? Was macht er wohl? Geht es ihm gut und ist er immer noch so cool? Ist er wohl Familienvater oder besitzt er eine große Firma? Früher war alles anders wie heut. Es geht ihm wohl gut. Würde alles für einen Moment geben, ihn noch einmal wieder zu sehen. Mein bester Freund ist nicht mehr, hab ihn schon über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Mein alter Freund, wie geht es ihm wohl? Ob er sich noch an mich erinnern mag wohl. Mein bester Freund, wie geht es ihm wohl? Aber ich lass mich nicht beirren. Ich such durch tausend Forums nach seinen Namen. Schreibe Briefe an alte Klassenkameraden, um ihn wieder aufzusuchen. Es wird mir ein Pferd sein, ihn wiederzusehen und in Erinnerung zu schwelgen. Denn das zeichnet uns Menschen aus. Und ich hoffe, wir haben noch ne geile Zeit drauf. Die Begrüße werden mit einem Schaden mit einem Schadenkameraden.